Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Blattgrün Nuzadok Challenge. Wie ihr seht bin ich immer noch in der Box und ich habe eine ganze Zeit überlegt, welche beiden Pokémon kommen erstmal ins Team und ich habe so entschieden. Wir haben zum einen schon Garados im Team, ist schon ein Flug-Pokémon, ist gegen Bodenattacken immun und ich will ja noch ein Flug-Pokémon im Team haben am liebsten, deswegen würde ich gerne Dodo mitnehmen, vorausgesetzt es kann Fliegen lernen, wonach es erstmal nicht aussieht. Und dann hätten wir auf jeden Fall hier an dieser Stelle schon drei Pokémon, mit Smetje eingerechnet noch, die gegen Boden-Pokémon immun sind. Wenn wir jetzt Hans-Hos mit dazunehmen würden, was irgendwie auch schon cool wäre, dann wäre das auch gegen Boden-Pokémon immun. Das heißt, diese Fähigkeit wäre für uns irgendwie nichts Besonderes mehr, wir haben genug Pokémon, auf die wir ausweichen können gegen Boden-Pokémon. Von daher, gut, es ist gegen Normalattacken auch immun, das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, aber es hat halt auch wirklich nicht allzu gute Verteidigungswerte. Dann haben wir Aquana, von der Fähigkeit her H2O-Absorber, also gegen Wasser-Pokémon sehr nützlich, allerdings ist Aquana natürlich gegen Wasser-Pokémon so oder so schon ziemlich gut geschützt. Und Krabbi, mit einer sehr interessanten Fähigkeit, nämlich Panzerhaut heißt sie, glaube ich, und die sorgt dafür, dass es zu keinen Volltreffern kommt. Und Volltreffer sind nun mal in einer Nasalock-Challenge ein echtes Problem. Und deswegen habe ich mich erst einmal für diese beiden Pokémon entschieden. Allerdings werde ich irgendwann jetzt, äh, irgendwann einen Trainingspart einschieben, mal wieder, wo ich dann diese beiden Pokémon ungefähr auf das Level trainiere, ab dem sie so ein bisschen selbst kämpfen können, also so, keine Ahnung, Level 30 oder so. Ähm, wird eine ganze Weile dauern, aber ist, denke ich, sinnvoller, als dass wir das jetzt hier in diesem Part machen werden. Ähm, Pokémon heilen wir sicherlich auch erstmal eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. Und, ja, deswegen habe ich mich erst einmal für diese zwei entschieden. Allerdings, äh, eure Kommentare zur gestrigen Folge, zur Sonntagsfolge, äh, kenne ich noch nicht, wie ihr euch entschieden hättet. Und, äh, ich werde die auf jeden Fall noch berücksichtigen, bevor ich mich endgültig entscheide. Deswegen, naja, erstmal gucken, ob ich überhaupt fliegen lernen kann, weil dann, sonst hat Dodo auch nicht unbedingt die beste Chance. Ich meine, gut, seine Entwicklung, zu der es ja irgendwann sicherlich werden wird, hat uns schon mal besiegt. Ja, Dodo kann fliegen, das ist doch mal sehr, sehr merkwürdig, aber gut für uns, ne? Ähm, gut, wir verlernen Raserei, denke ich, ne? Das bringt uns jetzt nicht allzu viel. So, ja, komm, lernen. Lups, fliegen gelernt. Wunderbar. Ja, ich möchte mich da so ein bisschen nach euch richten, dass wir da gemeinsam irgendwie einen Weg finden. Das wäre jetzt meine Wahl erstmal, deswegen nehme ich die beiden mit. Vielleicht bietet sich ja schon eine Möglichkeit zum Trainieren. Wir könnten jetzt zum einen nach Saffronia City fliegen und dort ein bisschen Chaos stiften, sag ich mal. Ich glaube, Silph's Go können wir schon rein oder wir können auch in die Kampfarena rein, die uns allerdings keinen Orden bringt. Was ich aber wohl am liebsten machen würde, wäre erst einmal hier nach Alabastia zu fliegen und Richtung Zinnoberinsel zu segeln. Das wäre so das, was ich mir gerade am besten vorstellen könnte, weil wir damit nämlich Such ein wenig trainieren können und zudem schon mal die Zinnoberinsel entdecken können. Und damit müssen wir nachher später nicht da noch hin surfen, sondern können sofort hinfliegen. Ist also eine Investition, die sich meiner Meinung nach schon irgendwie lohnt. Und außerdem können wir hier unten, fällt mir mal gerade auf, noch ein Pokémon fangen. Und jetzt werden, hier gibt es Tangelas, das weiß ich. Tangela hat eine hohe Verteidigung. Falls Dusch mal besiegt werden sollte, haben wir vielleicht ein Tangela dann zur Auswahl als Ersatz-Pokémon. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was uns hier drin erwartet. Zuallererst, wer ist Matti, kann das noch Schlafpuder? Ne, ne, das war ja das Problem, ne. Genau, konnte es nicht mehr. Susch, genau, Susch kann Schlafpuder. Gut, dann gehen wir hier mal rein und dann hätte ich jetzt gerne ein Tangela, denn Wasser-Pokémon brauchen wir nicht, wir haben genug. Sehr gut, kommt auch ein Tangela. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier ausschließlich Tangelas gibt, aber ich glaube, das ist auch so ein ziemlich guter EV-Trainingsort. Tangela gibt, glaube ich, einen oder zwei EV-Punkte für Verteidigung. Und wenn man auf Verteidigung trainieren will, dann ist das hier ein ziemlich guter Ort auf jeden Fall. Weil, glaube ich, nahezu nur Tangelas auftauchen. So, werfen wir mal einen Superball. Und ich gucke mal nebenbei schon mal auf die Liste. Oh. Was jetzt für ein Name dran ist. Und das ist doch, also ich finde, Tangela sieht wunderschön aus, ne. So, so fast überhaupt nicht wie so ein ekliges, verschimmeltes Zombie-Gehirn. Der Körper dieses Pokémon ist mit algenähnlichen Ranken übersät, die beim Laufen mitwippen. Ja, und ich finde, dazu passt kein besserer Name als, äh, ja, Kalaria. Ich finde, das passt ziemlich gut zu so einem ekelhaften, verschimmelten Zombie-Gehirn. Gut, ähm, auf geht's dann jetzt mal hier in die Surftour. Also, ich glaube, meine Freundin muss lachen, weil wir kennen Kalaria persönlich und ich kann bezeugen, dass es wirklich gewisse Ähnlichkeiten mit einem verschimmelten Zombie-Gehirn hat. Aber lassen wir das, das ist ja fies hier zu lästern, deswegen nehme ich das einfach mal alles wieder zurück. Ich habe einen guten Fang gemacht, möchtest du ihn sehen? Wobei, jetzt habe ich es schon ausgesprochen, ne, aber ich könnte es zensieren und dann würdet ihr euch wundern, ha, was wird er da wohl gesagt haben? Aber, äh, nee, ich bin zu faul. Nein, das ist dieser 6-Karpador-Trainer, oder? Okay, Zerschneider. Komm, beschleunige mal Platscher. Wow, wunderschön, sehr gut. Als nächstes kommt Karpador. Okay, komm, dafür ist das echt wirklich wunderbar, dieser Zeitraffer, dass wir uns das hier nicht die ganze Zeit antun müssen. Wir verschwenden zwar all unsere Zerschneider dafür, aber was soll's. Lieber Zerschneider als Rankenhieb, ne? Ich glaube, vielleicht hat er sogar ein Garados. Der Trainer wird aber, glaube ich, richtig cool nachher noch. Weil er, glaube ich, weil, glaube ich, all seine Karpadors sich weiterentwickeln zu Garadosen. Garadosen ist das die Mehrzahl. Ähm, wenn man hier mit dem Kampffahren da nämlich umgeht. Nein, Karpador! Und dann, äh, bringt das richtig viel Erfahrungspunkte. Nerft natürlich ein bisschen, ähm, wegen Bedroher die ganze Zeit, aber muss man mitleben. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Äh, ja, ich weiß es nicht. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Also eigentlich interessiert's mich nicht. Naja, okay, lass es, lass es. Musst du mir nicht erzählen. So, gut. Äh, Rankenhieb. Ja, das dürfte nicht reichen, nehme ich an. Oh! Susch? Das ist schwächlich. Das ist echt schwächlich. Du lernst nur Rasierblatt, ne? Rasierblatt ist jetzt auch nicht die megastärkste Attacke, oder? Ich glaube, Susch wird uns echt nicht viel bringen. Hab ich so die Befürchtung. Ähm. Tja, aber Susch jetzt einfach so fallen lassen? Ich weiß nicht. Wir sollten es vielleicht noch trainieren, ne? Es dauert noch eine Weile, bis das Rasierblatt lernt, aber irgendwann wird das Rasierblatt lernen und dann haben wir eine Attacke, die ein klein wenig stärker ist. Yay! Ach, ja. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Eine etwas stärkere Pflanzenattacke. Schade, dass du sonst nichts weiter lernen kannst. Eine Solarstrahl natürlich, klar, aber dann müssten wir ja auch noch Sonntag oder sowas lernen und das ist dann auch wieder ein bisschen anfällig gegen Feuer-Pokémon und so. Naja, gut. So, dann bringen wir noch ein weiteres Goldking um. Auf jeden Fall kriegst du hier mächtig viel Erfahrung. Das ist schön. Uh. Da hat sich aber ein bisschen was getan hier, was? Über die Hälfte abgezogen. Das gefällt mir, Susch. Und jetzt zeigt, dass du durch Verwirrung durchkommst. Susch. Rankenhieb. Nicht in dein Auge. Ging wieder voll rein da, ey. Man kennt es ja nicht anders. 17 Kp hat es abgezogen. Wenn wir uns selbst angreifen. Nee. Wir haben zu viele Pokémon verloren, als dass ich das jetzt, dieses Risiko jetzt eingehen würde. Ähm. Ich würde ja gerne auf euch wechseln, aber das würde ich auch nicht riskieren. Dann seid ihr weg und am Ende entscheiden sich die Zuschauer auch für euch beide. Und ihr wisst schon, ne? Dann seid ihr auch tot. Und nee. Lieber nicht. Ich glaube, zwei Tote in zwei Parts reichen erstmal. Da müssen wir nicht noch den dritten und den vierten hinterher schieben. Wir hätten was anderes einsetzen sollen. Aber zum Glück kommt Volltreffer. Sonst hätte Doppelkick nicht gereicht. Glück gehabt. 510 Erfahrungspunkte für jeden. Das ist auf jeden Fall nett. Äh. Ein Goldking weiterhin. Hm. Ich weiß nicht. Komm, ich setze Gary ein. Ich setze den guten Gary ein. So. Bedroher kommen. Sehr gut. Ähm. Ja. Ganz klar Stärke würde ich sagen. Wird wahrscheinlich nicht reichen, weil Goldking relativ viel aushält. Aber es zieht ja schon mal nicht so wenig ab. Aber Super Schall ist nicht so nett von dir, mein Freund. Jetzt schwäche ich deinen Angriff und jetzt nutzt du meinen Angriff, um mich zu schwächen. Das ist eine clevere Strategie von dir. Eine sehr clevere Strategie, die sogar tatsächlich aufgeht. Und ja, recht wenig Schaden mache ich mir damit auf jeden Fall nicht. Du hast mir jetzt schon fast 30 KP abgezogen. Aber, weißt du was? Ich habe dir alle KP abgezogen. Und das ist in Pokémon ein bisschen mehr wert, als nur 30 KP. Es sei denn, du bist ein Level 2 Pokémon, dann sind 30 KP eine ganze Menge. Aber das wirst du dann wahrscheinlich nicht überleben. Außer du bist ein Relaxo. Ach ja, Relaxo. Ach man. Ist schon ein bisschen ärgerlich, hier so seine Partner zu verlieren. Aber das macht den Reiß aus. Und am Anfang war ich nicht so ganz überzeugt von der Naslog-Challenge. Ich wundere mich gerade, warum Such so wenig KP hat. Aber ja, ich erinnere mich. Die Goldkings und ein ziemlich schwächliches Pokémon. Okay. Dann wenden wir mal einen Supertrank, um Such wieder ein bisschen auf die Beine zu kriegen. Ein bisschen aufzupäppeln. Und dann werden wir wen als Teampartner daneben stellen? Hm, vielleicht Gary, um Such ein bisschen vor Hornattacken oder sowas in die Richtung zu schützen. Dann zeigt mal, was ihr beiden drauf habt. Meine Schwester trainiert nicht genug, daher habe ich sie gezwungen, hierher zu kommen. Aufs offene Meer. Na gut, hier sind überall noch kleine Inseln und so. Aber es sieht schon nach einem Meer aus, habe ich das Gefühl. Wenn man die Inseln mal außer Acht lässt. Ein Seemon und ein Stami. Das ist schon mal relativ nett, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf Stami, weil Stami kann Psychokinese. Und Psychokinese ist sehr effektiv auf Gift-Pokémon. Und ihr wisst, worauf es hinauslaufen wird. Auf einen Tod. So, komm. Alles auf Stami. Ich glaube zwar, Stami wird überleben. Tobodreher zum Glück nur. Und zum Glück auch nur auf Gary. Sieht so gut wie nichts ab. Boah, Such, du bist jetzt auch noch... Du bist schwach. Du bist langsam und du hast keine Attacken. Was soll ich mit dir? Du hast einen Stami besiegt. Hey, immerhin. Immerhin ein wenig Unterstützung. Aber ich habe auch... Also ich glaube, Such könnte das nächste Pokémon sein, das sterben wird. Weil es sich halt wirklich kaum zur Wehr setzen kann. Gut, so ein bisschen, wenn man strategisch rangeht mit Schlafpuder. Und dann Blitz vielleicht noch. Und dann mit Rankenhieb immer draufdreschen. Okay, das könnte funktionieren. Theoretisch. Aber in der Praxis weiß ich nicht. Das wird vielleicht nicht immer klappen. Ah, Schwesterherz. Bemühe dich doch. Boah, wird voll getriezt von ihrem kleinen achtjährigen Bruder. Ah Mist. Hier ist gar kein Trainer drauf. Ich hätte gedacht, hier wäre ein Trainer drauf. Deswegen bin ich einfach mal raufgejumpt. Wahrscheinlich gibt es hier Items. Aber was soll's. So, kämpf gegen mich. Die See reinigt Körper und Seele. Immer diese komischen Sprüche über das Meer. Egal, wo man in Pokémon surfen geht. Es ist immer so, dass man sich irgendwas anhören muss. Wobei es ist generell in Pokémon immer so, dass man sich irgendwelche komischen Sprüche anhören muss. Und dann hat Rankenhieb auch nur noch 10 AP. Also, ganz ehrlich, ne? Such, was? Was kannst du eigentlich? Okay, ein Seemann fast mit einer Attacke besiegen. Das ist schon mal ein fast überzeugendes Argument. Wenn es eine Attacke gewesen wäre, wäre es ein überzeugendes Argument gewesen. So allerdings nicht. Ah nein, es schreckt auch noch zurück. Rauchwolke. Oh, perfekt. Jetzt trifft der Zerschneider wahrscheinlich nicht mal mehr. Super toll. Super toll. Oh, Such, du bist der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Nochmal Windhose. Oh nein. Und jetzt bestimmt ein mega, hyper, duper Volltreffer, ne? Oh, wer... Wow. Such. Mensch. Guck mal einer an hier. Level 35 für dich. Lern Rasierblatt, du... Du olle... Irgendwas. Was auch immer du darstellen sollst. Ähm, ja. Tentoxa. Ich denke, Smetty ist eine ganz gute Wahl. Mit ein bisschen Psycho-Attacken nachauphauen. Ähm. Hat noch nie geschadet. Also Smetty ist auch so meine Hoffnung. Im Moment. So. Das Pokémon aus dem... Extrem viel werden könnte. Könnte. Wohl bemerkt. Es muss erstmal überleben. Und... Seastral hat jetzt gegen Tentoxa auch nicht so viel gebracht. Aber Tentoxa hat halt auch eine hohe Spezialverteidigung. Ähm. Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen mit Gerados und Stärke. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird Smetty das geschaukelt kriegen. Davon bin ich überzeugt. Außer es kommt jetzt eine Matschbombe oder so. Das könnte schon heftig werden. Aber nein. Tentoxa greift sich selbst an. Und bringt sich fast um. Fast. Ähm. Gigasauber will ich nicht einsetzen. Weil Tentoxa glaube ich Kloakensauce hat oder sowas. Als Fähigkeit. Und dann... Die KP, die ich dazu bekommen würde, werden mir dann glaube ich abgezogen. Oder irgendwie sowas. Könnte es als Fähigkeit haben. Irgendwie so funktionierte die auch. Ist alles schon so lange her. Mensch. Mein ganzes Grundwissen. Aber es wird langsam wieder aufgefrischt. Auch durch euch. Wird es vor allem noch erweitert. Werden mir Dinge gesagt, die ich vorher noch nicht wusste. Und ich freue mich schon extrem auf die neuen Pokémon-Spiele. Ah. Seht ihr. Das Thema wollte ich eigentlich schon seit Jahrhunderten ansprechen. Und jetzt ist die Zeit schon wieder fast rum dafür. Aber egal. Äh. Sush ist kaum noch fit, um zu kämpfen, ne? Super Trank. Äh. Ja komm. Einen gebe ich dir noch. Eine Chance gebe ich dir noch ein bisschen. Den einen oder anderen Ranken. Hier passt du ja glaube ich noch. So komm. Hey du. Verjagst die Fische. Ähm. Und zwar kommt demnächst. Ich weiß nicht genau wann. Aber dieses Jahr glaube ich noch. Ähm. Die Remakes von Rubin und Saphir raus. Äh. Omega, Rubin und Alpha Saphir heißen die glaube ich. Äh. Wie ich finde schon mal. Ziemlich gute Namen. Aus Ideen. Hört sich auf jeden Fall cool an. Äh. Inwiefern das begründet wird, weiß ich noch nicht. Ähm. Aber da bin ich echt versucht. Also. Da spüre ich die Versuchung in mir. Meine eigene Regel zu brechen. Ich wollte ja jetzt chronologisch alle Pokémon Spiele durchspielen. Also jetzt hier nach dann Platin und danach dann Soul Silver und dann kommt Schwarz-Weiß glaube ich. Und dann Schwarz-Weiß 2 und dann Y. Und erst dann wäre Alpha Rubin, äh, äh, Alpha Saphir, Omega Rubin dran. Was wird jetzt eingesetzt? Irgendein Gift-Pokémon glaube ich, ne? Ich glaube Tentoxa wieder. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Da bin ich echt versucht, diese Regels... Ah ne, ein Austoss. Oh. Mist. Austoss ist gar nicht mal so klug jetzt. Doppelkick wird nicht viel bringen. Weil es halt eine sehr hohe Verteidigung hat. Ich probiere es mal trotzdem. Mal sehen, wie viel es abzieht. Ja. Nicht so viel. War zu erwarten. Hoffentlich kann es nicht die mega starken Eis attacken. Ferdinand bau jetzt keinen Scheiß, ja? Okay. Gut. Gut. Wir könnten im Prinzip nochmal mit Doppelkick raufhauen. Vielleicht ist sogar ein Volltreffer dabei. Sieht aber nicht danach aus. Ja, jedenfalls bin ich da sehr, sehr versucht, diese Spiele schon vorzuziehen. Ähm. Vor allem, weil es ja hauptsächlich um die ersten drei Generationen gehen wird. Oh, das war aber eigentlich schon wieder zu riskant, ne? Ein Volltreffer und wir werden weg. Ähm. Ja, komm, Gary. Du machst das jetzt mal. Äh. Da wird es ja wahrscheinlich hauptsächlich um die ersten drei Generationen gehen. Aber im Blattgrün war es ja auch so. Das ist da eben... Also ist es ja so, dass wir jetzt hier erstmal nur mit Pokémon aus der ersten Generation zu tun haben. Aber dann später auf... Äh. Auf den Island dann später. Also wenn wir auf Island 4 bis 7 gibt es dann eben auch Pokémon aus Joto und Höhen. Und generell, glaube ich, auch in Kanto schleichen sich dann so ein paar ein. Und, ähm... Das wäre schon doof, wenn ich die ganzen Pokémon dann einfach nicht... Nicht kenne. Äh. Entschuldigung. Ich wollte nicht zur Barsch sein. Und ich werde es niemals schaffen, alle Spiele bis dahin durchzuspielen. Und ich will auch nicht hetzen. Ich will jetzt nicht sagen, boah, das kommt jetzt bald raus. Jetzt muss ich... Muss ich hier unbedingt, äh... Unbedingt, ähm... Alle Spiele bis dahin durchhaben. Ich will mir auch mit denen Zeit lassen. Und die... Denen wirklich eine richtig gute Chance geben. Mich drauf einlassen. Und sowas halt, ne? Leiste mir Gesellschaft, bis etwas anweist. Scheinbar hat ja bei dir schon etwas angebissen, wenn du schon Pokémon hast. Kann ich ja wieder gehen, oder? Nein? Okay, dann kämpfe ich gegen Golking. Oh. Warum Golking? Warum wieder ein Golking? Oh. Na, ich wollte nicht Rankenhieb einsetzen. Äh. Oder vielleicht wollte ich es doch. Ne, ich wollte eigentlich erstmal einschläfern. Hm. Mach ich jetzt auch. Sehr gut. Das hat... Funktioniert sogar. Ich wollte erst einschläfern, dann mit Rankenhieb und dann mit restlichen Zerschneidern totkloppen, das Vieh. Boah, wie brutal sich das teilweise anhört, wie ich hier über die Pokémon rede, ne? Ähm. Ja, und deswegen... Also ich werde wahrscheinlich dennoch an meiner Regel festhalten, und das Ganze chronologisch angehen, auch wenn es mir das Herz zerreißen wird, diese Editionen noch nicht spielen zu können. Denn das war das, was ich mir immer gewünscht habe von Pokémon. Endlich ein Remake von den besten, meiner Meinung nach, besten Generationen überhaupt. Die dritte war wirklich cool. Also die erste ist natürlich Klassik. Die erste ist in dem Sinne schon die beste. Klar. Ähm. Kann man nicht anders sagen, weil... Es ist eben Kanto. Und Kanto war das Erste. Und Kanto wird immer in unserem Herzen bleiben. Ähm. Ja, und dann kommt Yoto. Und Yoto an sich war... Äh. Äh. Naja, wenigstens ist etwas Zeit vergangen. Ja, das konnte man so über Yoto denken. War jetzt nicht schlecht. Diese Region. Aber nicht so doll. Was die zweite Generation allerdings ausgemacht hat, ist, dass man natürlich, ähm, äh, nicht nur in eine Region konnte, sondern auch noch zurück nach Kanto. Und das macht dieses Spiel auch wieder irgendwie zum Besten. Und dann kommt Höhn. Und da hatte man einfach so unendlich viele Möglichkeiten. Und das hat mich einfach so ein bisschen gepackt gehabt. Und deswegen ist Höhn eigentlich für mich das beste Spiel gewesen. Also Rubin, Saphir, besonders Smaragd. Das waren wirklich die besten Spiele. Ich versuche jetzt hier gerade mal irgendwie hier rumzukommen. Mich irgendwie vorbeizuschummeln. Zur Zinnoberinsel, genau. Wunderbar. Bill, bist du schon hier? Können wir schon los? Geht das schon? Im Pokémon Center war er, glaube ich. Ne, okay. Scheint noch nicht hier zu sein. Ja, ich möchte eigentlich nur meine Pokémon heilen. Und, äh, dann können wir theoretisch noch nach oben die restlichen Pokémon Trainer besiegen. Allerdings sind wir zeitlich gesehen auch schon rum mit der Zeit. Und von daher würde ich auch sagen, äh, beenden wir den Part an dieser Stelle. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon erwartet vom Remake von, äh, Rubin, Saphir. Ähm, habt ihr es auch so lange schon erwartet wie ich? Oder, äh, eher nicht? Oder wollt ihr lieber, dass die dritte Generation unberührt bleibt, weil sie so klasse war oder weil sie so scheiße war oder wie auch immer? Ähm, wie denkt ihr dazu? Wie steht ihr dazu? Und, äh, was denkt ihr dazu, ne? Nicht, wie denkt ihr dazu? Naja, manchmal ist mein Gehirn halt nicht so einfach Rühren. Ich hoffe, es ist im nächsten Part wieder auf der Höhe. Wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und Tschüss! Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.